Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, der Leckerchen-Test war bei euch erfolgreich und du hast heute jede Menge Leckerchen vorbereitet. Die brauchen wir nämlich. Ich möchte dir nämlich heute verschiedenste Suchspiele für dich und deinen Hund vorstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, die Spielideen von heute gefallen dir und du bist motiviert, jetzt gleich mit deinem Hund loszuspielen. Denk dran, die Spiele und Suchspiele sind ziemlich anstrengend für deinen Hund, also bitte nicht übertreiben. Bis zum nächsten Mal wäre es schön, wenn du einen großen Joghurtbecher vorbereiten könntest. Den brauchen wir nämlich dann. Am besten mit Deckel. Bis dann, tschüss!